...lassen so gut wie nichts zu. Da bedarf es schon eines individuellen Fehlers, wie jenem von Malic vor der Chance von Klein. Aber jetzt ist es passiert, da kommt der Pass in die Spitze auf Tomasz Schimpovic. So hebelt man eine bis dato fehlerfreie Viererkette aus. Und jetzt ist die Austria-Tabellentritte. Da haben sie alles probiert, durch die Mitte, über die Flügel, mit Klein-Klein, an der Strafraumgrenze, hin- und hergeschoben und dann so ein einfacher Pass, mal ein Chip von Stankowitsch da über alle drüber. Und die erste Gefühlsregung von Ivi Zawastić am heutigen Nachmittag ist auch zu sehen. Untertitelung des ZDF, 2020